Der Zaunkönig Die Jakobs hatten sich bald im neuen Heim eingerichtet und nach ein paar Wochen schien es ihnen, es hätten sie niemals woanders gewohnt. Ich weiß nicht einmal mehr, wie die Küche in dem anderen Haus ausgesehen hat, sagte Shirley. Wohin der Küchenstand gestanden und haben die Fenster vom Badezimmer eigentlich nach vorne oder nach hinten gesehen? Ich habe mich erst daran gewöhnen müssen, dass ich einen ganz anderen Schulweg habe, sagte Michael. Zuerst schien es mir furchtbar komisch, dass ich zur Schule ganz andere Straßen gehen musste und einmal, als ich in Gedanken war, bin ich den alten Weg gegangen. Ich habe zuerst gemerkt, dass ich plötzlich in unserem früheren Haus stand. Alle lachten. Michael hatte manchmal immer solche Anfälle von geistiger Abwesenheit. Hast sicherlich gerade an eine neue Entdeckung oder an eine Erfindung gedacht, meinte Peter spöttisch. Habe ich auch, behauptete Michael, der immer schnell bei der Hand war, sich zu verteidigen. Du kennst auch Pauls Radioapparat, den ich wieder in Ordnung zu bringen versuche. Nun, ich war gerade dabei, das Problem zu lösen. Wenn ich ein Stück Strat nehme und... Aber keiner hatte Lust, ihm zuzuhören. Wenn Michael anfing, seine höchst komplizierten und endlosen technischen Erklärungen vor dem Stapel zu lassen, ging immer alles weg. Das machte an den armen Jungen manchmal sehr wütend und ärgerlich. Du warst dich immer so wichtig mit deinem Kram, beklagte sich Peter. In Wirklichkeit pummelst du nur so ein bisschen da rum. Wenn du tatsächlich mal etwas zustande bringst, ist es Glückssache. Das ist nicht wahr. Ich muss eine Menge von Theorien durchdenken und ausprobieren. Es ist nicht anständig von euch, über mich zu lachen. Wenn ich auch vorläufig nur repariere und die Sachen auseinandernehmen und mir zusammensetze. Aber passt nur auf. Einmal werde ich etwas ganz Neues erfinden und ganz allein herstellen. Dann werde ich die Augen machen. Aber die Familie nahm ihn nicht sehr ernst und lachte oft über seine sonderbare, verträumte Art. Manchmal stattet er in seinen Schulzeugnissen, er hatte einen ausgezeichneten Verstand, aber er träumt zu viel. In solchen Fällen pflegte er seinen Vater zu sagen, es nützt nichts, seinen guten Verstand zu haben, mein Junge. Man muss ihn ja auch gebrauchen. Michael zog sich dann in seinen Schuppen zurück, blitzte jeden, der sich ihm näherte, mit zornigen Augen an und prütete so lange über seinem Krimskrams, wie die anderen seine Werkzeuge nannten, bis seine innere Erleuchtung in die dunklen Wolken auf seinem Gesicht vertrieb. Übrigens war es auch Michael, der den Zaunkönig ins Haus brachte. Eines Tages war er nach Hause gekommen und hat ihn angekündigt, dass am Abend um 6 Uhr eine Frau Zaunkönig erscheinen und seine Mutter besuchen würde. Frau Zaunkönig, Michael? fragte seine Mutter erstaunt. Wer ist das und warum will sie mich besuchen? Sie sucht eine Wohnung. Man hat hier gekündigt und sie hätte niemanden, zu dem sie nun gehen könnte. Sie besitzt ein Bett und eine Kommode und unser Mädchenzimmer ist noch unbebliert, nicht wahr? Ich dachte nur, da du jemanden zur Aushilfe suchst, dass du vielleicht Frau Zaunkönig nehmen kannst. Sie ist sehr fleißig, jedes Mal, wie ich sie sehe, arbeitet sie. Aber Michael, wir kennen sie doch gar nicht, rief Molly. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht herumlaufen und fremden Leuten ein Schlafzimmer versprechen. Mutter, ist da nicht blödsinnig? Ich bin nicht blödsinnig, ich bin sogar sehr vernünftig. Das ist eine Frau, die eine Pleibe sucht und hier sind wir, die eine Frau suchen, die uns im Hause hilft. Das eine war so großartig zum anderen, findest du nicht? Frau Jakob musste lachen. Auf was für trollige Einfälle du überkommst, Michael? Wie hast du den Frau Zaunkönig kennengelernt? Ich habe ihre Wanduhr repariert. Aber wie hast du sie kennengelernt und wo wohnt sie? Du musst uns doch wenigstens erzählen, was du für einen Eindruck von ihr hast. Sie wohnt auf der anderen Seite der Stadt in der Nähe der Mühle, in einem der kleinen, baufälligen Häuser, erzählte nun Michael. Ich war eines Tages da hinuntergegangen, um die Mühle arbeiten zu sehen und fiel unmittelbar vor Frau Zaunkönigshäuschen und über einen Stein. Sie war gerade im Garten, nahm mich ins Haus und wuchte und verband mir mein aufgeklagenes Knie. Anfangs hielt ich sie für sehr kratzbürstig. Aber sie war sehr freundlich und was ihre Kratzbürstigkeit betrifft, so glaube ich, dass sie nur so tut. Das klingt ja was ziemlich komisch, meinte Molly. Vielleicht ist sie das auch. Wenigstens hat sie einen furchtbaren Gerechtigkeitsfimmel. Wenn man ihr auch nur die geringste Gefälligkeit erweist, ruht sie nicht eher, als bis sie sich revanchiert hat. Das gefällt mir. Nun, ich war ihr jedenfalls sehr dankbar, weil mein Knie wirklich böse aussah und ich mir auch noch die Stirn aufgeschlagen hatte. Es gab mir ein kleines Milch und ein Wecken. Für diese Klingel bemerkte ich ihr im Kamin sind, so eine kleine alte Standuhr. Ein hübsches Ding mit einem Pendel. Aber sie ging nicht. Und deshalb nahmst du sie gleich mit und hast sie repariert? Ach, fehlte ein und grinste. Das tat ich auch, erwiderte Michael. Denn eine Hand wäscht die andere, wie Frau Zaunkönig immer zu sagen pflegt. Aber trotzdem. Sie war der Meinung, dass ich mehr für ihre alte Uwe getan hätte, als die für mein Knie. Deshalb sagte sie mir, ich sollte mir doch einmal ein paar Sachen ansehen, die ihrem Bruder gehört hätten. Er wäre Uhrmacher gewesen. Nun, das tat ich dann auch. Und am Ende schenkte sie mir eine Menge sehr nützlicher Werkzeuge. Aha, rief Peter. Daher hast du also deine vielen feinen Werkzeuge. Warum hast du uns das nie erzählt, du komischer Kerl? Wenn ihr mich wieder einmal ausgelastet hättet, wenn ich euch erzählt hätte, dass ich mit Frau Zaunkönig befreundet bin, gab ich Michael zurück. Ihr lacht ja immer über mich. Und ein wenig komisch sieht sie ja aus. Hat Zöpfe, die sie hinten zu einem Knoten zusammensteckt. Und trägt Röcke, die bis auf den Boden reichen. Auch hat sie immer ihre eigene Meinung und ist manchmal gerade so barsch, sodass man zuerst für das Angstfeuer hat. Aber man gewöhnt sich dran und merkt es bald gar nicht mehr. Das klingt ja nicht gerade einladend, meinte Frau Jakob. Wie bist du nur auf den Einfall gekommen, sie zu mir zu schicken? Das habe ich dir auch schon gesagt, rief Michael ungeduldig. Sie braucht eine Wohnung, du brauchst eine Frau. Kannst du ihr nicht ein Zimmer geben und sie dafür arbeiten lassen? Für sich zu Hause hat sie immer den ganzen Tag gearbeitet. Dann nehme ich an, dass sie es hier bei uns nicht anders halten wird. Nun, ich werde sie empfangen, wenn sie kommt. Aber ich glaube nicht, dass sie zu uns passt, meinte Frau Jakob. Im Übrigen, mein lieber Michael, möchte ich dich bitten, nicht überall herumzulaufende Leute zu mir einzuladen, ohne darüber vorher mit mir zu sprechen. Ich möchte nicht, dass mich alle wunderlichen alten Frauen in der Stadt aufsuchen. Michael machte wieder ein brummiges Gesicht. Als ob er überall herumliefer und alte Frauen einlüde. Kannst du doch nur diese eine. Wenn sie seiner Mutter nicht gefallen sollte, nun, dann konnte er es eben nicht ändern. Er hat nur getan, was er für vernünftig hielt. Freilich hatte sich das, was er für vernünftig hielt, schon oft als sehr unvernünftig erwiesen. Pünktlich um 6 Uhr kam Frau Zornkönig den Gartenweg herauf. Es ging ums Haus herum, zur Hintertür. Die ganze Familie sah das Fenster und Shirley kicherte. Frau Zornkönig sah freilich ein wenig seltsam aus. Sie war sehr klein, hatte lauter runzelnden, dunklen Gesicht, wie ein braunes Äffchen. Ihr dünnes und strähniges Haar war es am festen Knoten zusammengeflochten, aus welchen mir ein paar dicke Haarnadeln hervorguckten. Darauf sah es ein kleiner, mit roten Rosen garnierter Hut. Sie hatte eine einfache weiße Bluse an und einen schwarzen Rock, der ihr bis in den Knöchel ging. Dazu trug sie die schwarze Baumwollhandschuhe und einen mächtigen Regenschirm. Die können wir nicht nehmen. Unmöglich, Mutter, flüsterte Molly. Und Shirley kicherte wieder, weswegen ihre Mutter sich scharf anfuhr. Geh so lange in den Garten, Shirley. Michael öffnete die Hintertür und lächelte Frau Zornkönig freundlich zu. Er war fast eben so groß wie sie, obwohl er auch gleich erst elf Jahre alt war. Tag, sagte er. Mutter, dies ist Frau Zornkönig. Guten Abend, Frau Jakob. Frau Jakob sah in das kleine, braune Affengesicht und überraschenderweise gefiel es ihr. Die Stimme war zwar scharf, die ganze Gestalt etwas seltsam und altmodisch, aber die braunen Augen der Fremden waren sanft und sehr gütig. Guten Abend, treten Sie ein. Mein Junge hat Sie schon angekündigt. Er ist ein lieber Junge, erwiderte Frau Zornkönig, indem sie hereintraten, steif im Küchenküchen stehen blieb. Er weiß aus einer Hand die andere wäscht, nutzt niemals einen Menschen aus, aber zahlt bei jeder Gelegenheit mehr zurück, als er erhalten hat. Michael wurde rot und verschwand in den Garten. Er konnte es nicht ausstehen, wenn man über ihn sprach, gleich auf dem Guten oder dem Bösen. Frau Jakob sah Frau Zornkönig an und lachte. Tja, er ist ein guter Kerl, aber manchmal ein bisschen verträumt. Ich weiß gar nicht, was ich zu seiner Idee sagen soll. Sie möchten zu uns ziehen. Ich nehme an, er hat ihn da so alle Leifen am leeren Zimmer vorgefaselt, wo sie nun wahrscheinlich schließen, dass wir es für ihn vermieten wollen. Aber ehrlich gesagt, wir suchen ein Mädchen, irgendjemand, der mir im Haushalt hilft und das Kochen abnimmt. Ich verstehe, Frau Jakob, erwiderte Frau Zornkönig. Aber ich möchte nicht meine Unabhängigkeit aufgeben. Das könnte ich nie, das ist klar. Allerdings gehe ich manchmal über Tage auf der Arbeit, um meiner alten Dame zu helfen. So bin ich gewohnt, mein eigenes kleines Heim zu haben. Ich bin auch niemals von jemandem abhängig gewesen und werde es auch niemals sein können. Ich möchte nie meine Sklave sein. Natürlich nicht, sagte Frau Jakob, er musste innerlich lachen. Wir suchen auch gar keinen Sklaven, wie sie es nennen. Aber ich nehme an, dass es ihnen wenig gefallen würde, sich nach der Tagesanteilung anderer Leute richten zu müssen und in einem fremden Hause zu wohnen, anstatt in ihrem eigenen. Bestimmt nicht, sagte Frau Zornkönig. Sie lag immer steif und unbeweglich im Küchenstand. Ihr Gesicht licht jetzt noch mehr dem eines Äffchens als zuvor. Sie belegte sich in der blitzsauberen Küche um. Sie sah seinen Eisschrank, die Speisekammer mit ihren eingebauten Borden, den sauberen Boiler über dem Herd und die bis zur Hälfte schwarz- und weißgekachelten Wände. Ein hübsches Haus haben sie. Es muss ein Vergnügen sein, in einer solchen Küche zu arbeiten. Sie sollten meine sehen. Ich habe nicht immer Wasser drin, sondern muss ein paar hundert Meter bis zur Pumpe laufen. Wir in den alten Hütten an der Mühle sind doch schlecht dran. Sollte mich gar nicht wundern, wenn sie eines Tages niedergerissen würden. Es wäre so schlimm für Leute wie mich, die nicht wissen wohin. Sie glauben nicht, wie hoch heute Tage eine Miete ist, selbst mal das bescheidenste Häuschen. Frau Jakob bückte sich und öffnete den Backofen ihres Gasherdes. Sie zog ein Kuchenblech mit frisch gebackenen Wecken hervor. Frau Zaunkönig betrachtete sie mit stiller Anerkennung. Probieren Sie mal einen, wollte Frau Jakob sie auf und büste einen der Wecken vom Blech. Komm, Peter, bring den anderen ein paar. Sie mögen sie so gerne, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen. Als Peter wieder zurückkam, war er sehr überrascht, Frau Zaunkönig und seine Mutter beim Abwaschen der Teller und Schüsseln zu sehen. Frau Zaunkönig hatte sich eine Küchenschürze umgeboten und wusch, in dessen seine Mutter das Geschirr abtragsendte. Ich helfe nur ein bisschen, sagte Frau Zaunkönig, als sie Peters erstauntes Gesicht sah. Ich muss sie doch für den schönen Wecken revanchieren. Eine Hand wäscht die andere, weißt du doch. Eine Weile danach kam auch Michael und meinte, kommen Sie doch, Frau Zaunkönig, und sehen Sie sich einmal mein Schlafzimmer an. Mutter, darf ich Frau Zaunkönig mein Zimmer zeigen? Ich habe ihr so viel davon erzählt. Frau Zaunkönig bekam nicht nur sein Schlafzimmer, sondern gleich das ganze Haus zu sehen. Michael führte sie auch in die kleine, leere Kammer am Ende des Korridors, die als Mädchenzimmer gedacht war. Das ist das Zimmer, von dem ich Ihnen erzählt habe. Es ist so ein nettes, kleines Zimmer und ich könnte mir sie gut daran vorstellen. Ich kann keine Almosen annehmen, von niemandem, sagte Frau Zaunkönig entschlossen. Ich könnte niemals die Miete für so ein schönes Zimmer aufbringen, wenn ich es für umsonst nehmen sollte, müsste ich meine Unabhängigkeit aufgeben und das tue ich mit keinem Preis und für niemand. Auch könnte deine Mutter mit einer so alten Schatecke wie ich es bin nichts anfangen. Ich brauche ein Gewand des junges Mädchen, das nett aussieht, wenn es den Leuten die Tür aufmacht. Oh, du ungezogener Junge, sieh einmal die Flecke, die du mit deinen schmutzigen Händen und der sauberen Wand hinterlassen hast. Jetzt gehst du gleich runter und holst mir einen trockenen Lappen. Michael lachte. Er ging hinunter und holst ein trockenes Tuch. Mutter, du hast sie gern, nicht wahr? Ich weiß, sie ist ein bisschen wunderlich, aber sie ist wirklich feuchtbar nett und immer gefährlich. Ich glaube, sie würde kommen. Du meinst, sie ist ja so altmodisch für dich. Das kleine Zimmer hat dir sehr gefallen. Nun ja, sie gefällt mir auch, erwieselte Frau Jakob. Aber sie würde nicht auf unser Angebot eingehen wollen. Sie liebt ihre Unabhängigkeit zu sehr. Und außerdem, wir wissen sogar nichts über sie. Wenn sie uns ein paar Menschen nennen würde, die sie uns empfehlen könnten, würde ich sehr gerne mit ihr versuchen. Sie ist ein gutes altes Ding und sieht sehr einsam und verloren aus. Michael schwieg, kletterte sie die Treppe hinauf und dann begab der Zaunkönig den Lappen. Sogleich gibt sie damit die Wand ab. Mutter kann sie gut leiden, begann er. Das habe ich gleich gewusst. Meine Mutter weiß immer sofort, ob jemand nett ist. Sie würde sich sehr freuen, wenn sie zu uns ziehen und bitte uns leben. In diesem Zimmer. Und sie würde auch Lohn zahlen, das weiß ich. Damit ich meine Unabhängigkeit verliere. Nein, danke, kein Wort mehr davon. Nun schön, meinte Michael und setzte wieder sein promiges Gesicht auf. Vertrauenkönig bemerkte sofort. Und du machst nicht solch Gesicht, ein solch hübsches Gesicht so zu verziehen. Sie ging hinunter, wusch den Lappen aus, strich ihr Kleid zurecht und nahm Abschied. Es hat mich sehr gefreut, sie und ihre Familie kennenzulernen, Frau Jakob, sagte sie und sah dabei mit ihren braunen Augen in die blauen der Frau Jakob. Und auch ihr hübsches kleines Haus. Zu ihnen würde ich schon gerne ziehen, wenn ich nicht meine Unabhängigkeit aufgeben müsste. Das ist nun mal so. Sie verschwand durch die Küchentür und machte sich auf den Rückweg den Hügel hinab. Sie musste eine Bahn nehmen, um nach Hause zu kommen, aber sie nahm sie nicht, sondern setzte sich über eine hölzende Bank am Wege und schloss die Augen. Sie sah wieder das kleine Zimmer vor sich, dessen Fenster auf den Garten gingen. Im Geiste stellte sie ihre Möbel darin auf, ihr kleines Bett, ihre alte Kommode und ihren bequemen Lehnstuhl. Sie sah sich selbst, wie sie die Speisen in den Eisschrank schob oder auf die Borde der kühlen Speisekammer stellte, wie sie die weißen und schwarzen Kacheln wischte. Sie sah sich im hübschen Plumengarten stehende Wäsche aufhängen, die in der Sonne trocknen und strahlend weiß werden würde. Kein Ruß von der Mühle, kein Staub, kein Schmutz, dachte sie. Dann sprach sie mit sich selbst, nun, eine Hand wäscht die andere. Stell dir vor, du nimmst das kleine Zimmer und gibst das Miese deiner Arbeit. Das wäre eine klare Sache, nicht wahr? Ich will ja gar keinen Lohn. Ich bin schon alt und werde schnell müde. Aber so viel leiste ich immer noch, dass ich damit ein eigenes Zimmer zahlen könnte. Und dann dieser Junge, dieser Michael. Er ist ein lieber Kerl, trotz seiner seltsamen Art. Ich hätte Lust, zurückzugehen und den Leuten zu sagen, was ich ehrlich denke. Ich will nicht ein Mädchen sein, ich will nicht meine Unnahme von Unabhängigkeit verlieren. Für niemanden. Aber statt Miete für das Zimmer will ich mir eine Arbeit geben. Eine Hand wäscht die andere. So klopfte sie selten zu Frau Jakobs höchsten Verstau und nach 20 Minuten wieder an die Küchentür und trat ein. Sie erklärte umständlich ihre Idee, wie sie Frau Jakob für das Zimmer angemessen erschädigen könne. Frau Jakob hörte ihr ernsthaft zu. Ich verstehe, Frau Zaunkönig, sagte sie. Sie möchten gerne einziehen mitamt ihren Möbeln und als Entgelt für die Miete wollen sie mir im Hause helfen. Weil ich möchte ihnen doch außerdem auch Lohn zahlen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Nein, ich danke ihnen, widerte Frau Zaunkönig bestimmt. Ich habe meine kleine Rente von ein paar Schillingen die Woche und das ist alles, was ich brauche. Ich nehme keine Almosen an, ich suche ein Zimmer und sie suchen eine Aushilfe fürs Haus. Sie geben das eine und ich gebe das andere. Das ist eine klare Sache, ein ehrliches Geschäft. Ich möchte nicht mehr. Auf diese Weise bewahre ich mir meine Unabhängigkeit und nur unter dieser Bedingung komme ich. Und so kamen sie denn, nachdem sie ein paar überflüssige Möbel verkauft hatte, ins Haus Rotgiebel, um sich dem kleinen, glücklichen Haushalt einzufügen. Frau Jakob hatte sich immer noch über die Frage des Lohnens Kummer gemacht, aber Herr Jakob hat sie nur darüber gelacht. Du kannst ihr ja zu den gehenden Gelegenheiten ein paar hübsche Geschenke machen. Er lege dir die Sache auf diese Art denn ihre Rente wird gewiss klein sein. Frau Zaunkönig stellte ihre paar Möbel in das kleine Zimmer und nahm ihre Arbeit auf. Sie zankte mir ihre scharfen Zunge die Geschäftsleute aus. Sie fützte die Vögel im Garten mit Gruben und Abfällen. Sie schallte Shirley wegen ihrer Unordnung. Sie sorgte dafür, dass Frau Jakob jeden Nachmittag sich hinlegte, dass Peter den Schmutz wegfegte und seine Schuhe auf dem Teppich hinterließen. Sie wäre ein richtiger kleiner Drachen. Und doch liebten sie diesen neuen kleinen Drachen. Er hielt das Haus blitzsauber, was die Küche anbetrifft so funkelte es überall, wohin man sah. Oft stand dass Frau Zaunkönig die wunderbarsten Puddings zu bereiten. Manchmal konnte sie wohl böse werden, etwa wenn Michael irgendetwas vergessen hatte. Aber im nächsten Augenblick gab sie ihm dann einen heißen Leckerbissen aus dem Ofen. Sie ist wie ein lustiger, kleiner, ewig schmessernder Vogel, meinte Peter. Und ewig geschäftiger Vogel mit einer lauten Stimme. Eben ein Zaunkönig, sagte Molly sofort. Natürlich ein Zaunkönig, klein und geschäftig mit einer lauten Stimme. Sie ist ein Zaunkönig. So wurde sie denn von Nudern einfach Zaunkönig genannt. Wie die übrigen Hausbewohner hatte sie bald im Haus Rotkiebel eingelebt, betätigte sich den lieben langen Tag über in der Küche und zog sich im Abend in ihr Nest zurück. Wenn Shirley gegen halb acht Uhr zu Bett ging, rief sie dazu, Gute Nacht, Zaunkönig, gute Nacht. Zum ersten Mal liebte Frau Zaunkönig ihren Namen und sie liebte die Familie Jakob und das schöne Haus, so wie die ganze Familie sie liebte.